moin moin leute und herzlich willkommen zu einer neuen aufhörme sons of the porus wieder mit dabei ist unser victim of games und in der letzten folge unter einem anderen namen aber heute mit einem neuen namen die bladyseri guten abend hey guck mal hier gibt es treibholz das letzte mal schon kann man damit was machen das treibt auf dem wasser gut leute wir haben etwas wo und zwar erst mal essen und trinken ja das lebt junger kann man ja nicht saufen aber mehr glaube nicht du musst du eine dose drücken und ich drücke jetzt keine dose davon habe ich nicht mehr viele ich habe nur noch zehn stück ja dann baller ich mir mal zwei oder zehn stück also sind zwei euro fünf und die tätige nicht einfach weg flacken so 25 cent weg haben so bladdy dein weg zur schaufel wir müssen eine schaufel holen weil wir haben dort auch ausrüstung der letzten folge gold bitte verheiß alter ich habe noch anders sich also mein speer zuckt schon so ein bisschen bei der zucht fast ganz anderes der keller wartet auch schon ja w-wenn folgt denn da eigentlich? ich mach jetzt nicht dass er mir folgt ja mach mal ich weiß nicht ob du es lesen konnte meine schrift kann der nicht hingehen oder so? Drei, zwei, eins, go! Hört doch schon wieder prickelt hier. Wie sie alle ihre scheiß GPS-Kacke in der Pfote haben. Ach, wie ist sie... Ich hab das nur provisorisch in der Hand. Ach so, okay. Ich muss was trinken. Ja, kommt doch hier vorne, machen wir da vorne, leften, verrückter. Oh, geil, das ist so ein Blinder, ne? Ja, oh, geil, geh du hin und mach'n kalt, alter. Killing Floor! Los, mach, ich will das sehen. Ich spielt sonst noch einer Killing Floor bei euch. Nee, schon lange nicht mehr. Hau der denn einfach... Was machst du, du? Der, der giekelt den an? Das ist der Blinder, was? Der bringt, äh, Dings, ja. Können wir den nicht aufschlitzen? Ja, vier, komm her, Mutantenrüstung. Na, toll, jetzt hab ich grade Pisse gesoffen. Uuah! Rehpisse, Junge. Naja, okay, Pisse. Mach mal. Mach mal, wo ist denn hier das Messer? Bloody? Ja. Was? Bloody? Soll ich dir jemanden genervt? Nö. Mhm. Drei... Drei... Hast du das E? Äh, also das Messer? Ja, ja. Drei, zwei, eins, los. Schöne gekuschelt. Ey! Matthias, du bist doch genial, Alter! Yeah! Woohoo, nice! Ah, da kann ich jetzt alle verarsten. Der hat mich auch verarztet. Ja. Der Oben retten ganz schneller. Der Oben retten. Ach nee, das ist die Eule. Der Oben retten. Das ist ein blindes Hühn, Junge. Äh, wisst du, wo ich bin? Hä? Und der Bamst. Ich hab... Ich hab noch nichts. Ich muss das... Jetzt. Drei, zwei, eins, los. Oh, Schöne. Bäh. Ich würde das zu gerne mal von außen sehen. Braucht mal einen vierten Mann. Ach, der vierte Mann. Jules. Oh, hier hat die alte, die... Die, die, die... Was ist mit der? Hast die ins Wasser gefallen? Ah, ne, die spült die Moumou. Achso. Was? Das ist ein Moumouspüler. Die Mouspü. Mouspü. Na, das könnte auch Mundspülung sein, ne? Aber nee, ist was anderes. Also macht sie Odolmet, oder was? Ja. Aber da wird sie dann meist lauter. Brennt ein bisschen. Nee, ich wollte gerade sagen, das brennt. Das juckt nicht, das brennt. Woher willst du denn das wissen? Das geht hier auch nix an. Ich war früher vielleicht mal ne Frau gewesen. In meinem anderen Leben. Woher willst denn du das wissen? Das ist schon alles probiert. Ich hab doch gar nix gesagt. Ihr habt doch gesagt, dass es brennt. Du hast gefragt, woher wollt ihr das wissen? So als ob du das weißt. Hinter dir ist ein Vieh. Ich weiß, das interessiert mich aber nicht. Sag mal, hattet ihr jetzt gerade irgendwelche Bildeinbrüche oder sowas? So ganz komische Grafikfehler? Nee, überhaupt nicht. Hatte ich jetzt gerade mal ganz krass gehabt. Ich weiß nicht, ob das eine Aufnahme mit drin ist. Ich brauche doch, wenn ich mich hier umdrehe. Jetzt schon wieder. Krass. Ist das ein Spiuso? Ich muss noch auf die Aufnahme gucken. Ja. Was ist denn das? Explodiert jetzt mein Rechner? Alter, da vorne ist ein Lacher. Wollen wir das mal irgendwie auseinandernehmen? Boah, das sind aber viele. Wenn der Matthias jetzt so Einbrüche hat, wäre das nicht so geil. Nee, warte mal. Hier, mit der Nate hin. Ich hole schon mal eine Nate raus. Jawohl. Die hat es aber zerscherpelt. Wissen Sie schon mal Bescheid hier im Lager? Lauf, Schlampe, lauf. Brauchst du nicht nach mir zu schlagen, mein Freund? Ja, immer daneben, immer daneben. Alter, da hat er Rüstung an. Was ist denn eine Klappe? Ja, hier war auf jeden Fall noch einer, der ist aber weggerannt. Auf jeden Fall, Lacher zerstören, so, easy going. Brauchst du Lager warten? Ja. Wo? Hier. Was wollen die mit so Lager? Was ist denn das hier? Was ist denn das hier? Was ist ein Fehler bei mir? Wir haben wieder Umzug, der Jös ist schon wieder da. Oh, Patrien brauch ich auf jeden Fall. Nicht mehr tragen. So, wo jetzt lang? So, Fetch. Jo. Fetch. Eichhörnchen. Hamster. Da, will jemand ein Eichhörnchen? Machen wir mal kurz das, ich mache mal kurz Escape. Geh mal wieder so rein. Ich will jetzt keine Eichhörnchen essen. Kriegst du halt keine. Die haben immer so ein nüssiges Aroma. Ich habe vorhin erst Ratten-Ragout gehabt. Ja, die schmecken eher nach Scheiße. Machen wir mal kurz, was da los ist. Gucken wir mal, wie oft das noch auftaucht. Oder es kann sein, wenn wir in der Höhle sind, dass es vielleicht die Welt neu laden muss oder dass es auch welche Fehler sind. Ja, ja. Das hat man ja auch schon gehabt, dass jemand anderes irgendwelche Fehler hatte und der andere nicht. Und mal gucken, auch jetzt kommt schon wieder was. Aber es ist immer nur, wenn ich durch so komische Bücher laufe oder so. Also nicht durch die Bücher, also durch die Pisse, sondern durch den Wald. Ja. Das ist weh. Ist da unten. Durch unser Lager. Ach ja, guck mal, unser Zimmer daheim. Warte mal, ich, warte mal. Komm mal ein bisschen Zeug raushauen. Mutantenrüstung anlegen. Was, ich habe es rausgehauen? Nein, ich habe gesagt, da kann man ein bisschen Zeug raushauen ins Regal oder so. Da looten wir doch eh nochmal oben, das ist eh eine andere. Ja, 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 genau, genau, genau. Wie legt man die Scheiße ab? Ah, hier. PC. Ja, da reichen ja die Regale gar nicht. Götzen, 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 Götzen. Nee, das Glas noch drinnen. Rettorf kocht jetzt. Komm, wir wollen wir noch eins raushauen. Dazu, wir wollen auch nochmal eins. Quatsch hier auch nochmal. Äh, weil die vor ihr Regal stehen. Wie die kaputten. Ich kann aber nicht mehr ablegen. Regale sind voll. Die Tür hat wieder ein Epileptischen. Calvin, ja, ich schaue noch ein paar Regal rein hier. Trinken noch ein paar Dösen. So. Ich habe auch nur noch eine Medizin, ne? Ja, hier oben kommt doch gleich eigentlich theoretischerweise nochmal welche, wenn sie es nicht rausgepatcht haben oder so. Also, ich habe fünf. Ich habe nur noch zwei. Boah, die Mucke schon wieder. Die ja an, Junge. Nö. Was spinnst du nur? Wo ich den Vorschlag habe? Du musst doch mal alles gleich kaputt machen, Alter. Was ist denn mit dir nicht in Ordnung? Sag mal, hast du dein Gesicht nicht richtig hier aufgenommen oder was? Kaputt, das Ding, Alter. Äh. Du Birne. Du, du Birne. Hey, Radio ein Arsch. Oh, hier ist es ohne, hier ist es gut. Ich habe ohne so Laubladen nochmal hier. Vergiss da drinnen noch eine. Ich hieße aber Laubladen gibt es nicht hier. Du hast ne übelste Platte, Junge. Verscheidlich ist es nicht der Sonne aus dem Arsch. Ach, die Liebe unter den Menschen. Du hast doch scheiße gefasst. Sag mal, geht's doch mal ganz früher, Lars? Was, wo ist denn so viel Sonne gedankt oder was? Weil das gar nicht geschehen, du. Das weißt du doch nicht, mir aus dem Arsch vielleicht. Du denkst, so ist es gleich Wochenende, oder? Wie soll denn da ein Strahl rauskommen? Komm, läuft zu, wo muss man hin? Wird das heute noch was, oder? War es beim PC4 beworfen? Dieses Gebote, Junge. Ich weiß gar nicht, wo es lang geht, ne? Nee, ich weiß gar nicht, wo es lang geht. Ich weiß aber nicht. Guckst du dir an mit der Mutantenrüstung? Seht ihr überhaupt unter Wasser was? Was? Sehen wir dann unter Wasser was? Wenn wir trauen. Ich weiß gar nicht ganz bescheiden. Oh, ne, klasse. Du hörst schon das. Du, aber der Scheiden, Junge. Ey, ich hab wieder so ein Grafikquill. Ich liebe Scheiden. Deswegen hast du bis jetzt noch eh mal geheirat. Das heißt einfach nur, dass ich es jetzt gerade ausnutze. Moment, warte mal. Ja, Moment, warte mal. Pass mal auf, wenn du bist da. Ach, ne, ich halte lieber die Flappe. Naja. Verschluck dich nur an deiner Spucke, Junge. Ich muss auch mal warten, weil du hast mal Asthma. Ah, ah, Ast. Ah, ah, Asthma. Da oben steht schon wieder einer und wäscht sich die Pfoten. Ja, lass machen. Vor allem, der läuft blind durchs Wasser. Der weiß bestimmt nicht, dass das Wasser ist. Vor allem, wie er läuft. Na, wohin denn nun? Rechts oder links? Der eine läuft da lang, der andere da lang. Oh, müssen wir jetzt nochmal über den Kackberg drüber oder was? Wischen. Ey, wir waren an der Behausung, ja. Ich hab schon wieder die Schnauze gestrichen voll. Tö, 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 tö. Tö, tö. Oh. Oh. In dieser Folge so viel schöne Sachen bauen können. Mhm. Es, in der Höhle waren wir doch aber schon. Ja, aber da müssen wir ja rein. Ja, wegen der Torre aus Rüstung, du. Borde. Das weißt du doch nicht. Warte mal, hier draußen war noch Lootzeug. Ach, ich loot jetzt hier nichts, ich will jetzt hier rein, dass bei mir das Spiel nicht abkackt. Ist ja in Ordnung. Machen wir die Prinzeln ein. Hier nimmt mich nichts. K für Taschenlampe. Mhm. Schreib, oh, Taschenlampe mit M. Da müssen wir, hä? Wo müssen wir denn hier schwimmen? Alter. Du kannst doch gar nicht schwimmen. Was ist die falsche? Was ist die falsche Höhle? Oh. 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 Ich krieg hier kompletten Anfall, Alter. Ohne Mist. Ich hab die Schnauze voll. Ich laufe hin und baue die Drecksscheiße weiter, verstehst du? Das ist jetzt echt dein Ernst, Sarah. Ohne Mist. Ich hab die Schnauze voll weg. Wo ist die alte jetzt hin? Ja, jetzt ist sie schon wieder weg. Okay, die ist hier mal erwarten. Da oben. Such doch mal mit irgendeinen Eingang, Leute. Hier irgendwo muss es sein. Aber wenn hier eine ist, dann ist ja eigentlich auch nicht noch ein anderer da. Ach nee. Oh, heilte Fresse, Alter. Such doch selber danach, du Kunde. Ja, wo ist denn noch eine Höhle? Oben rechts ist noch eine Höhle. Da können wir es wieder. Und links, beim Haus, da ist Oehle. Eigentlich müsste es hier sein. Genau die Kreuzung hier von den... Wienste? Ja, wirklich. Ja, aber da ging es doch gar nicht weiter. Ja, das habe ich jetzt. H. Hochschule, nochmal nein. Hast du heute schon mal eine Mutantenrüstung verloren? Beziehungsweise schnauze halten? Alter. Ich gucke jetzt noch mal eine Höhle. Ich gucke jetzt noch mal nein. So, warte mal hier die Funzel an. Da ist Wasser. Das ist... Wie ist denn nur noch? Da oben ist ein Seil. Ne, das ist eine Höhle als Ausgang. Weil hier ein Seil runterkommt. Warte mal, ich geh mal... Ich fahr mal hoch. Weil das müsste normalerweise die Höhle sein. Also da ist ein Seil. Das kann man benutzen. In der Höhle. Okay, warte. Hä, wie bist denn du da rübergekommen? Na, oben hat das Seil. Bist du ein bisschen prasselig, du Bonne. Nein, Mann, wie? Du hässliches... Etwas. Gollum, Junge. Wie, du fliegst auf mich, du rast ich aus. Oh, reich, Zeit. Wie viele Laptops? Oh, Energie. Geil. Oh, geil. Na, liegt die dann einfach hier oben? Worum, oder was? Du kannst nicht mehr Wodka tragen. Das ist wahrscheinlich, das würden sie den ganzen Tag nur Smarties fressen, oder? Ja. Hier ist noch eine Gasbuddel. Das lacht ich dir da an. Zub. Das müssten wir ja hier unten eigentlich, theoretischerweise. Hier. Hier ist Wasser. Das ist tief. Nee, hier ist doch Wasser. So, warte. Wie zieht man das Scheiß-Ding an? Alter, wartet auf mich. Äh, ins Inventar und rechts, wir glauben. Ja, links tragen. Das ist, glaube ich, trage sie gerade. Weil, da ist sie ja nichts. Ach, sie gehen. Wo ist denn die im Inventar? Ganz rechts. Ganz rechts. Gut, das geht doch auch tief nur noch. Oh, hier geht es weit nur noch. Ach, du Scheiße. Ich weiß doch auch nicht, ob ich richtig schwimme, gell? Ja, ich schwimm dir hinterher. Oxy, gehen. Oxy, östen. Hast du mich überholt? Oh, wir sind oben. Ah! Was? Alter, warte. Du machst das schon. Sage da. Noch ein Blinder. Warte, 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 warte. Noch ein Blinder. Oh, das ist aber geil gemacht. Hm. Wir sind bloß... Oh, hier ist noch so ein ganz komisches. Warte mal. Ja, ist noch ein Blinder. Ja, aber warum läuft der so komisch? Ja, mach du mal. Du hast was längeres in der Hand. Das sind auch nicht viele. Oh, hier, warte mal. Hier sind... Hier... Neoprenanzug... Collected. Geil. Oh nein. Oh, schwimmflossen, Junge. Loll. Geil. Und wir sind gleich bei 20 Minuten. Ja, die... Die machen wir länger. Ich will... Also, wenn wir jetzt immer hier sind... Oh, was ist denn jetzt los? Alter. Ich rutsche runter. Alter. Geht der Blut ab, ja. Alter, wie tief geht denn das runter? Oh mein Gott. Wir kommen doch nie wieder hier aus. Alter. Ich sehe nichts. Wenden ist Licht. Also, hier sind wir ja richtig rum rein, ne? Ja. Aber wir hatten das letzte Mal, konnten wir ja mit dem Ding nicht fahren. Oh ja, da liegen noch auf dem Fädel noch rum. So, warte mal. Ich schaue mir jetzt mal schnell noch so ein... So, 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 so ein Aspirin rein. Das nützt bei mir nix, aber ich schläge mal... Ich schaue dich noch nicht mitnehmen können. So, wo bist du denn jetzt hin? So ein Tier. Da hast du mir hinter dir. Gesundheit. 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 Handgranaten, Junge, hier. Wo, 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 gib nach die Eier. Na, luft doch mal nicht immer so schnell. Da vorne, überhaupt. Oh, was ist denn das da vorne? Achso, das ist... Der Nebel. Ich lieg noch nicht ohne Grund, Handgranaten. Da vorne, da vorne! Ein Blinder. Achso, das Wende ist schon dabei. Achso. Oh, hier ist noch einer. Oh, scheiße, der hat mich ein bisschen gehittet. Aua, au, 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 Junge. Du kannst aber blocken, gell, mit rechts. Da ist noch einer hinter euch, Alter. Da ist noch einer hinter euch, Alter. Alter, 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 Alter. Oh, hier ist alles voll von denen. Ja, der geht ein bisschen zurück. Immer ein bisschen aus, weil ich immer... Nicht immer gleich... Nee, ich gehe drauf. Mit dem Sperr bist du echt gut ran. Also... Stoff-Connected. Wah! Hier ist noch einer. Hier rennt doch auch einer. Alter, wo seid denn hier? Wo bin ich denn nicht? Hinter dir. Warte mal! Ach, hier, Alter. Das hier... Ja, du... Breckfisch, Junge. Wo ist denn das andere? Ich hab... Das ist doch hier gerade bei mir irgendwo hier rumgesteuert. Hier drüben ist noch eins. Wo, wo, wo? Hier. Alter! Ich hab's nicht getroffen. Wo ist es denn jetzt wieder hin? Hinter dir. Ja. Hier. Alter, wie schnell sind die Fiecher? Sag, hat die... Hat den einen? Äh, ich würde sagen, wir tun die jetzt häuten. Ja, aber ich mach jetzt hier nicht unbedingt... Ja, okay, ja, ja. Weil das ist mir jetzt ein bisschen zu doof. Gut. Dann nimmt jeder sich jetzt... Ne, ich mein, der kann jeder jetzt eh nehmen und gut ist. Achso. Ja, mach mal so. Das war mir jetzt genug. Den nehm ich noch und das ist gut. Hab ich zweimal gemacht. Oh, warte. Ich kann hier noch einen. Ist da. Der ist auch schon tot. Ja, der ist auch schon tot. Oh, die Hülle ist irgendwie trotzdem cool. Ja, ja. Ist mit einer der geilsten Hüllen eigentlich bis jetzt. Boah, jetzt hab ich auch mal dickfett gepupst. Oh, nice. Hm. Was ist denn jetzt hier? Äh. Achso, warte. Hattest du das schon mitbekommen? Was ist denn da? Es kommt, es kommt, es kommt, es kommt. Ah, geh weg. Mathieu, mach das. Ach, das viel. Äh, halt kurz hin. Oder so. Ich wollte sagen, halt kurz hin. Ich nehm die Handgranate. Oh, hab ich doch schon gemacht. Ich hab doch schnell gewechselt. Hä? Ist nicht mehr so cool. CatDog. Oh, wie groß ist denn die, Alter? Hä? Was war das? Oh, Sarah war das. Ich. Ach, du Scheiße. Da vorne ist so ein anderes. Warte mal, ich hol gleich mal Nate. Oder nehmen wir, warte mal, Molotow-Cocktail. Nee, Nate. Ma, äh, tut mal jemand anders, ich hol gleich mal ne Nate-Fertsch machen. Warte. Das wird nämlich nichts. Ja. Oder doch, doch. Oh, die haben aber jetzt eine extreme, äh, Reichweite. Kraftmäßig. Schaden. Da ist noch eins. Oh, 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 bleib zurück, bleib zurück, bleib zurück. Jetzt. Schön, der Arschgesch- Oh, 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 oh. Oh, was ist denn das hier? Taschenlampenvorrichtung collected. Krass. Wo bist denn du? Ach, hier. Bunker A. Ah, du kannst jetzt mit dem Laptop, äh, äh, Bunker, äh, ähm, feststellen. Wo die dann auf der Karte sind. Und das ist ja geil. Ja. Ich hab jetzt einfach mal eh gedrückt bei Laptop. Ja. Oh, was war denn das jetzt gerade hier vor dem Sound? Hier ist noch Nate. Munition. Also ich hab immer noch Handgranate im Anschlag, ne? Hm. Was ist das Vieh? Müssen wir jetzt noch mal tauchen, los? Ey, wartet mal, Leute. Ist der... Der Calvin ist tot. Oh, was kann ich da jetzt dafür? Ist der hier mit hier runter gekommen? Ja, da, da ist er. Hier. Hä, das ist doch nicht... Nein. Ich wollt... Nein. Laberstumpu. Der sieht aus wie der Calvin. Nein. Wo ist denn mein Stock hin? Ach, hier. Ah, hier hinten geht's weiter. Warte, warum haben die hier so viel Munition? Oh, hier sind Babys. Tricks, Viecher, Junge. Mach den Kindergarten tot. Ich will in den Sandkasten spielen gehen, ich bin wo. Mach das Schäme ins Bett. Na. Oh, hier hängt er von der Decke. Nö, lassen ihn hängen. Spider-Man bestimmt. Jetzt hängt er schon mal wieder ein bisschen nuff. Und es geht wieder nur runter. Oh. Oh nein, wir müssen... Äh, tauchen. Schon wieder. Habt ihr das ganze Geld aufgehoben? Keine Zeit für Geld. Na doch. Ich lache hier unten. Ach, du Scheiße. Was ist das denn? Wo sind wir denn hier? Langtauchen. Na, taucht doch einfach. Hust da, hust da. Was war denn jetzt? Äh, hier, hier wartet so ein, ähm, aufgerissenes Vieh, sag ich mal. Und noch zwei, drei andere. Äh, warte, geht direkt hoch im Wasser, nicht, nicht weiter vor. Also... Ja, aber jetzt, was soll ich machen? Das kommt, das kommt unter Wasser gelaufen. Alter, die können schwimmen. Ja, oder die ersaufen. Die ersaufen. Die ersaufen. Der ist tot. Okay. Was ist mit den anderen? Alter. Ja, wir warten mal kurz. Wir warten, wir warten kurz. Ja, die, die auch saufen wirklich, das ist ja wohl übelst, lol. Junge. Wo ist das Große, ist das O-Tot? Ich geh mal ein bisschen vor. Ja, das haben die ja übelst geil gemacht. Ja, das Große liegt hier. Ja, warte, hier vorne ist noch... Ach, noch eins. Das ist Wasser. Ich hoffe, das kommt jetzt her. Komm, du lauf ein bisschen schneller. Du wirst, dass du langsam bist. Ja, sag ich's ja nicht, das kommt nicht. Ja, doch, ein bisschen triggern. Warte. Geile Scheiße. Komm. Komm, komm, komm. Das will kotzen. Ja, komm ins Wasser. Das will Wasser saufen. Ja, 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 ja. Was soll ich's? Ja, das ist korrekt. Weil das Vieh, das schluckt ja schneller Wasser als die anderen Viecher, gell? Geil. Ach, ihr vorn ist noch eins. Ja, triggern, warte. Ich glaub, das rente Leo ist. Gegehlt hat's nämlich nicht. Jetzt, 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 jetzt. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Oh, Alter. Junge. Komm, komm, komm. Jawoll. Bist du blüde. Sehr schön. Was ist das jetzt? Nee, ist verreckt. Achso, ich dachte, das war Schnappatmung oder sowas. Ja, ja. Alter, was ist denn das für ne krasse Höhle? Hier geht's nach rechts und nach links. Nee, links ist es zu Ende, oder? Denk, ja, denk ich auch. Gut, dann geht's nur nach rechts. Was ist denn das da für ein Licht? Leute, 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 warte, 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 Babys. Hau mal den Nate hin. Gib mir mal ne Nate her. Sven, geh mal dort weg. Ja, warte, ich kann grad nicht. Nee, einfach nach hinten laufen. Warte, ich komm zurück. Ich komm. So, warum müssen wir getroffen haben? Nö. Nö, das waren ja auch mehrere. Links, ich treffe alle. Hier ist noch eins. Oh, scheiße, jetzt hab ich dich getroffen. Alles gut. Ja, scheiße, ich muss mich heilen. Mach das. Oh, nee, ist schon wieder so ein Vieh. Da vorne ist so ein Vieh, so ein... Ihr müsst, ähm... Ja, ich kann grad nicht. Warte, 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 warte. Irgendwas zubildet hier noch. Oben links, irgendwo bei dir. Ach, da ist ein Vieh. Hat jemand Hand, wann hat der Mann? Ach du Scheiße, nee, hab ich grad nicht. Warte, mach ich. Warte, das ist... Nicht bewegen jetzt, wenn wir Glück haben... Oh, 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 Sven, das hängt genau dort. Warte, 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 ja, ich mach, ich mach. Ja, wie lange brauchst denn du? Oh, das fällt daneben. Alle zwei. Nee, eins nur. Nochmal, warte, 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 jetzt, Achtung. Eins hast du, zwei, ja, alle zwei. Nice. Oh, warte, es fliegt noch eine. Ich hab aus Versehen gedrückt. Was ist denn das los? Was war denn das? Wie ist die Schaufel? No way. Was? Was ist denn das? Warte, ich gucke auch, dass sie wirklich im Inventar ist. Wo ist denn die? Ja, wir haben sie geil. Aber was ist das da drüben? Ja, äh, pfff. Keine Ahnung. Gibt's denn das Eierküttchen? Das ist, glaube ich, äh, Badminshöhle oder sowas. Keine Ahnung. Wenn wir hier runtergehen, verrägt mal da. Ich weiß es nicht. Oh, ist das eine geile Musik? Krasser Scheiß. Naja, gut, Leute. Wir bedanken uns erstmal ganz recht herzlich bei euch fürs Zuschauen. Bei den Osti Osten, bei der Sarah und natürlich auch bei mir. dass ihr jetzt die Schaufel gefunden habt. Habt, weil ihr habt die. Ne, wir haben sie gefunden. Also, wie gesagt, äh, falls ihr noch nicht wisst, wo sie ist, ihr wisst es jetzt. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Wir sagen tschau. 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 Tschau.